In diesem Film lernen Sie drei Wege kennen, um eine Formatvorlage aus der Liste der Schnellformatvorlagen zu entfernen. Erstens. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schnellformatvorlage und wählen Sie Aus Schnellformatvorlagenkatalog entfernen. Zweitens. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die Formatvorlage im Aufgabenbereich an und wählen Sie Aus Schnellformatvorlagenkatalog entfernen. Drittens. Entfernen Sie im Dialogfenster Formatvorlage ändern dieses Häkchen.